Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 67.000 US-Dollar. Wir traden momentan ziemlich seitwärts ohne neue Impulse, ohne wirklich steigendes Handelsvolumen. Also ihr seht schon, wir haben hier etwas Schwierigkeiten in unserem 1-Stunden- aber auch 4-Stunden-Timeframe über unseren Widerstand rüber zu kommen. Aber genau das ist eben auch das Gefährliche, worüber wir gestern schon mal drüber gesprochen haben, ob das möglicherweise diese Konsolidierung ist, die uns dann im Endeffekt nach unten hinbringt. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch ein bisschen so auf die Altcoins bzw. auf die Ethereum werfen. Da tut sich auch langsam ein bisschen was, vor allem Low-Caps, habe ich jetzt gesehen zumindest in meinem Portfolio, sind ordentlich nach oben hingepumpt, vor allem Rio und sowas. Also da tut sich ein bisschen was, ansonsten ist der Markt ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Außerdem werden wir natürlich auch mal einen Blick auf Gold werfen, was wir jetzt bezüglich der Position machen, nachdem wir immer noch nicht short sind. Wir werden einen Blick auf den DAX werfen und natürlich auch auf die Stockmärkte, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, kann ich euch nur meine Partnerbörse Binglicks empfehlen. Dort gibt es auch momentan wieder coole Aktionen, auch ein paar Events, die werde ich euch jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen vorstellen, weil da wieder einiges auf euch zukommt. Also, wenn ihr eine Börse braucht, Link ist unten in der Videobeschreibung. Meldet euch gerne mit dem Link an, damit unterstützt ihr mich auch. Und ja, das ist das Wichtigste. Nee, Spaß. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei knapp 67.000 US-Dollar. Ihr seht schon, wir haben gestern ja hier diese 4 Stunden Demand bzw. Supply Zone hier oben eingezeichnet. Seitdem tut sich hier sehr, sehr wenig. Also, wir haben hier eine leichte Seitwärtsphase. Normalerweise ist es immer wieder das Zeichen dafür, dass die Altcoins dann explodieren nach oben hin, vor allem nach so einem kräftigen Pump bei Bitcoin, dass die Altcoins dann eine richtige Altcoin-Season starten. Demnach sieht es momentan zumindest noch nicht aus. Wenn wir uns mal ganz kurz hier die Bitcoin-Dominance angucken, und zwar auf dem 4-Stunden-Timeframe, hatten wir hier unser Doppeltop. Natürlich geht die Dominance ein bisschen zurück, aber so richtig, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben eine mega fette Altcoin-Season, das Geld von Bitcoin wandert jetzt in die Altcoins, demnach sieht es noch nicht so aus oder danach sieht es momentan noch nicht so wirklich aus. Ganz im Gegenteil, wir haben keine Riesensprünge. Natürlich hatten wir so eine kleine Meme-Season, wir hatten eine minimale Altcoin-Season, aber das sind noch nicht die Riesenbretter, sage ich mal, die wir normalerweise von der Altseason kennen. Und das sehen wir eben hier auch an dieser Bitcoin-Dominance, da tut sich momentan noch zu wenig. Ich denke, die würde erst meiner Meinung nach starten, wenn wir hier wirklich mal ein tieferes Tief unter 52% kriegen, weil ansonsten ist hier einfach dieser Aufwärtstrend, den wir hier jetzt auch seit Januar haben, auf den kleineren Timeframes natürlich immer noch intakt. Und wenn wir uns das mal noch auf den größeren Timeframes angucken, sehen wir das auch, ist das eher eine übergeordnete Seitwärtsphase. Das heißt, Bitcoin-Pump, Altcoins-Pumpen, Bitcoin-Pumpen, Altcoins-Pumpen, momentan noch alles gang und gäbe. Also es tut sich hier zu wenig, hat natürlich auch damit zu tun, dass die ganzen ETFs momentan den kompletten Markt einfach aufsaugen. Die Frage ist, wie lange wird das eben noch so weitergehen? Okay, ansonsten, wie gesagt, Bitcoin tut sich reichlich wenig. Für mich weiterhin das Short-Szenario erst intakt, wenn wir hier wirklich ein höheres Hoch kriegen, weil da wird es eben darauf ankommen, für mich ist es entscheidend, kriegen wir die 70.000 US-Dollar-Marke auf Weekly Close, weil dann hätten wir auch wirklich mal diesen Widerstand hier oben auch mal komplett durchgenommen, nachdem wir ja im letzten Bullrun, das können wir uns auch noch mal ganz kurz angucken, ja auch schon hier Probleme hatten. So zwischen 69 und 70k, das ist wieder so eine magische Schlüsselnummer, einfach 70k, 80k immer in diesen 10.000er-Schritten jetzt nach oben hin. Wo wir unsere Probleme hatten. Wir haben zwar ein neues All-Time-High bekommen, aber wir haben es nicht wirklich nachhaltig bestätigt. Wenn ihr das mal anguckt, natürlich neues All-Time-High, aber auf Daily-Sicht, auf Weekly-Sicht eben noch nicht. Also klar, All-Time-High ist All-Time-High, aber ihr wisst, was ich meine, dass wir ein Close drüber haben und somit auch ein Bruch eben dieses All-Time-Highs nachhaltig. Und das ist eben auch das, wo sich Bitcoin momentan ein bisschen schwer tut. Natürlich, Volumen geht hier auch ein bisschen zurück. Und wenn wir uns mal ein bisschen die Funding-Rates angucken, die sind wieder auf, in Anführungszeichen, humanem Niveau. Es sind zwar immer noch hoch, aber nicht mehr so hoch, wie wo wir jetzt unser All-Time-High geknackt haben. Das heißt, wir haben wieder etwas Luft nach oben. Die Frage ist, wie verhält sich das mit dem Open Interest? Und das nimmt einfach immer, immer weiter zu. Also das ist weiterhin auf All-Time-High-Niveau, ohne dass wir neue Positionen reingekriegt haben. Also das heißt, nach unten hin wird wahrscheinlich sehr, sehr viel liquidiert werden. Und wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass vor allem dieser Preisbereich um 50k sehr, sehr entscheidend werden würde. Also hier ab 52k bis ungefähr, ich sag mal, 48.000 US-Dollar. Das ist der entscheidende Bereich. Kriegen wir es hier wirklich hin, Support zu finden nachhaltig, was auch nochmal eine Swing-Position-Long auf jeden Fall wert wäre. Dann gib ihm 100k, bricht dieser Bereich, dann sind 30k immer noch in Play. Das nur nochmal dazu. Ansonsten, kurzfristig, wie gehen wir weiter vor? Hat sich im Gegensatz zu gestern eigentlich nichts geändert. Ich gehe weiterhin davon aus, entweder wir kriegen unsere Chance, dass wir hier unten nochmal long reingehen. Das heißt, bei 62.500 US-Dollar bis 62.000 US-Dollar in dieses kleine Golden Pocket. Dann versuchen, entweder einen Doppeltop zu kriegen oder wirklich nachhaltig über die 70.000 US-Dollar zu brechen. Ansonsten kriegen wir doch nochmal diesen Impuls nach oben. Wird es einfach interessant zu sehen sein. Wie verhalten wir uns hier oben bei den 69.800 plus 70k? Schießen wir kurz drüber, schließen dann aber drüber. Es ist für mich ein eindeutiges Short-Signal. Da haben wir ein perfektes Doppeltop und das Ding wird sehr, sehr wahrscheinlich runterrauschen. Wenn wir uns drüber halten können, ist es bullisch. Aber dafür muss auch wirklich ein Wiki-Close über 70.000 US-Dollar her. Ansonsten, wie gesagt, tut sich hier relativ wenig. Newstechnisch steht heute noch einiges an. Und zwar die durchschnittlichen Stundenlöhne, die durchschnittlichen Wochenarbeitsstunden, Stellenwachstum, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, Beteiligungsquote, private Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Also da kommt heute noch eine Menge auf uns zu. Pohl hat gestern noch gesagt, dass wenn die Wirtschaft so bleibt, dann können wir möglicherweise mit Zinssenkungen dieses Jahr anfangen. Ein Datum, hat er nicht gesagt, wird wahrscheinlich dann irgendwann dieses Jahr dann folgen. Aber das ist absehbar. Die Frage ist, wie reagieren die Märkte dann darauf? Das wird das Spannendere sein. Ansonsten Ethereum, nochmal Höheres Hoch hier gebildet, aber hat sich auch an der Struktur nichts geändert. Das Volumen wird weniger. Wir bilden höhere Hochs mit weniger Volumen, haben weiterhin die Divergenzen. Also auch das sieht nicht wirklich geil aus. Trotzdem die 4.000 US-Dollar, das ist eigentlich so das Ziel, wo wir ausgerufen haben vor ein paar Tagen. Dabei bleibe ich auch erst einmal noch, dass wir das noch erreichen können, bevor wir dann möglicherweise eine Korrektur sehen. Ihr seht hier drüben, das ist diese kleine Ineffizienz. Das ist 0,786er. Das sind die Preisbereiche. Die sollten wir möglicherweise nochmal anlaufen, bevor wir dann auch hier möglicherweise die Korrektur sehen. Weil diese steilen Anstiege, wenn ihr das hier seht, von 2.200 auf knapp 4.000 Dollar, das sind knapp 100 Prozent, die werden früher oder später aufgefischt. Dann können wir safe mit einer Korrektur rechnen. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken Richtung 4.000, wäre so eine Korrektur in dem Bereich der 2.800 US-Dollar bis 2.700 US-Dollar gar nicht so verkehrt und würde auch hier so mit diesem Preisbereich des 0,5er Fibonacci Tracements übereinstimmen. So, dann gehen wir rüber zu Gold. Da sind wir weiterhin auf All-Time-High-Niveau beziehungsweise haben neues All-Time-High erwischt. Ich warte hier immer noch mit dem Short. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich würde es heute ungern Short gehen, hat einerseits damit natürlich zu tun, wir haben die ganzen News, die ich euch gerade vorgelesen habe, wir haben Wochenende, das heißt, wir würden jetzt Samstag, Sonntag auf jeden Fall Gebühren zahlen für Trades, die möglicherweise dann gar nicht laufen. Andererseits haben wir hier die massive Divergenzen, wir sind am R3-Widerstand plus die ganzen News, die eben heute kommen. Also das werde ich später relativ spontan entscheiden. Wie gesagt, eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Die Long-Position läuft noch mit einem offenen Take-Profit. Den werde ich dann bekannt geben, sobald wir hier die Short-Position machen. Also das bleibt jetzt erst einmal. Trotzdem für mich Gold extrem überhitzt für die News-Lage, die wir jetzt eigentlich bekommen haben. Und die ist eigentlich positiv mit Zinssenkungen. Biden-Speech hat auch Hoffnung gebracht, je nachdem, was man unter Hoffnung versteht, so in der Art. Aber für mich weiterhin eindeutig Short. Auch DAX für mich weiterhin Short, auch wenn hier die Position fast ausgestoppt wurde. Ich werde hier wahrscheinlich nochmal den Stop-Loss ein bisschen anpassen, vielleicht hier sogar auf 18.000 Punkte Marke. Mir gefällt das alles überhaupt nicht. Und S&P 500 weiterhin kein Short. Seht ihr selber. Ich gehe mal hier in den 1-Stunden-Timeframe. Das war der Plan gestern, wie eigentlich der Short sein sollte. Dann sind wir aber mit so einer God-Candle hier wieder hochgeballert, dass ich mir gesagt habe, nee, wir gehen hier auf jeden Fall keinen Short rein. War auch im Endeffekt jetzt die bessere Entscheidung. Wir haben wieder ein neues, höheres hochgebildet. Und ansonsten tut sich hier wenig. Also hier bleibe ich erst einmal noch dabei. Maximal hier die 5.186 Dollar wäre noch eine Idee. Natürlich, die Speech gestern hat dann auch nochmal ein bisschen dazu geführt, dass hier mehr Euphorie reinkommt. Ansonsten Finger weg vom Short-Hebel. Für mich jetzt momentan nur Gold und DAX interessant zum Shorten. Aber DAX könnte heute im Laufe des Vormittags vielleicht auch noch schief gehen. Nur mal so nebenbei. Ansonsten, wie gesagt, hat sich nicht wirklich viel getan. Warten wir jetzt erst einmal mal ab. Später kommt neue XRP-Update. Dann kommt um 12 Uhr neue Podcast-Folge online. Also gebt da auch ein bisschen Gas. Liked das Ding, teilt das Ding. Was weiß ich was. Macht einfach. Folgt uns überall auf allen Portalen. Würden uns freuen, damit wir weiterhin unter den Top 200 Podcasts bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns auf jeden Fall dann später nochmal oder zweimal dann besser gesagt. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Meldet euch bei BingX an. Und dann war es das von meiner Seite. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.